Meine Damen und Herren, wenn dieses Länderspiel ein Hallenländerspiel wäre, dann hätten es die 47.000 Zuschauer hier in Karlsruhe fast so gut wie Sie zu Hause, wie ich es Ihnen wünsche, an Ihren Geräten, daheim oder in irgendeiner Gaststätte oder in einem Café. Aber hier im Karlsruher Wildparkstadion haben wir immer noch zwischen 12 und 15 Grad Kälte und trotzdem ist die Stimmung der Zuschauer gut. Natürlich in Erwartung eines guten Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Wir haben liebe Freunde zu Besuch, unsere Schweizer Sportfreunde zum 35. Länderspiel, kurz vor Weihnachten und das schafft eine entsprechend nette, freundliche und friedliche Stimmung. In der deutschen Mannschaft hat es noch eine Änderung gegeben. Der halblinke Konitzka von Borussia Dortmund kann nicht spielen. Für ihn ist heute Morgen Küppers von 1860 München zu seinem ersten Länderspiel berufen worden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Schülerkapelle der Stadt Karlsruhe spielte die beiden Hymnen. Ich darf Ihnen jetzt schnell, bevor der Anstoß erfolgt, die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft und der Schweizer Nationalelf sagen. Für Deutschland spielen im Tor Bernhard Schweinfurt 05. In der Verteidigung von rechts mit der Nummer 2, Nowak, Schalke 04. Linke Verteidiger Nummer 3, Schnellinger, 1. FC Köln. Nun war der Platzansager auch bereits zweimal im Fernsehen zu hören und nun hoffe ich, dass wir weitermachen können. Rechter Läufer Werner, Hamburger Sportverein. Mittelläufer Wilden, 1. FC Köln. Linker Läufer Reisch, 1. FC Nürnberg. Sie wissen schon aus der Tagespresse, dass es hier auch noch eine kleine Änderung gegeben hat. Aber überrascht sind wir eigentlich nur von der Nominierung von Küppers in der halblinken Position. Deshalb der Angriff der deutschen Elf von rechts mit Kraus, Kickers Offenbach, Schütz, Borussia Dortmund, Uwe Seeler, heute Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Hamburger Sportverein, Küppers und Heiß, zwei Neulinge, beide von 1860 München. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt im Tor mit Elsener, Grashoppers Zürich, in der Verteidigung mit Brotmann, FC Zürich und Takella Lausanne. In der Läufer Reihe von rechts mit Grobeti, Lausanne, Schneider, Lausanne und Weber, FC Basel. Im Angriff von rechts mit Britzi, FC Zürich, Kuhn, FC Zürich, Dürr, Host und Allemann. Dürr und Host, Lausanne, Allemann, früher Young Boys Bern, jetzt am Ball, jetzt auch für FC Mantua in Italien spielend. Mal Schütz und zuletzt Küppers. Uwe Seeler am Ball. Wieder Küppers. Schütz. Sie sehen es, die letzte Minute läuft. Und Schütz. Sprechen wir nicht mehr drüber. Allemann. Uuuh. Noch zehn Sekunden, dann ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Hallo. Uuuh. Schluss, Pfiff. Nein, noch nicht. Aber jetzt, der Schiedsrichter ist so verdächtig nah in Ballnähe, jawohl. Fünf zu eins schlägt Deutschland, die Schweizer Nationalelf, im 35. Länderspiel der beiden Nationalmannschaften. Und zum Schluss einen Wunsch für Sie, meine Damen. Nun aber Schluss mit Fußball. Es wird nicht mehr drüber gesprochen. Jetzt kann Weihnachten werden. Wünsche Ihnen allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Auf Wiederhören. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020